Bischof, das sei der Name eines Dienstes, nicht einer Ehre. Das sagte Papst Franziskus an diesem Freitagabend in seiner Predigt bei der Weihe des neuen Sekretärs des Vatikanstaates, Fernando Verges Arzaga, zum Bischof. Das Mitglied der Kongregation der Legionäre Christi war von Papst Franziskus Ende August zum zweiten Mann der Regierung des Staates ernannt worden. Der Papst reflektierte in seiner Predigt die Aufgaben, die die Kirche laut Weiheritus einem Bischof auferlegt. Dem neuen Bischof gab er den Auftrag mit, auf besondere Weise ist ihr die pastorale Sorge für die Mitarbeiter des Vatikan anvertraut, sei ihnen Vater und ihr Bruder in voller Liebe und Zärtlichkeit. Besonders solle er sich der Armen und Bedürftigen annehmen.